Es gibt eine Sache im Coaching- und Agenturmarkt, die viele nicht verstehen. Und diese Sache ist ein Riesenproblem, wenn du es dir als Ziel gesetzt hast, Marktführer zu werden und auch dort zu bleiben. Schreiben wir uns mal den aktuellen Markt an. Coaching-Markt, Agentur-Markt. Jeder hat dieselben Bilder, investieren in geile Branding-Bilder. Jeder hat schöne Klamotten an, posten ein bisschen Business-Casual. Jeder hat eine schöne Webseite, jeder schickt Reports, jeder schreibt ähnliche Copies für die Ads. Jeder hat die gleichen Akquise-Methoden, die gleichen Hooks für die DMs. Jeder macht täglich OLG, alle stellen die gleichen Fragen, Recherche-Frage oder teilweise attackieren sich sogar ihre eigene Zielgruppe, was kompletter Nonsens ist, aber jeder gefühlt macht das Gleiche. Und da stellt sich mir die Frage, wo ist die Einzigartigkeit? Wo ist deine fucking Persönlichkeit? Wo hebst du dich ab von den anderen Anbietern? Weil weißt du was? Ich kaufe nicht dein Angebot. Ich kaufe dich als Person. Und wenn du das schaffst, dass man dich als Person kauft, dann bist du unvergleichbar. Weil wenn ich jetzt hier 10 Anbieter habe mit dem gleichen Angebot, mit den gleichen Bewertungen, der gleichen Webseite, wenn alles gleich aussieht, dann entscheide ich nach Bauchgefühl. Das heißt, wo fühle ich mich besser abgeholt. Und dann ist deine Persönlichkeit entscheidend. Und deswegen kann ich jetzt nicht verstehen, wieso noch so wenige Coaches, Berater und Agenturinhaber sich zeigen in Form von Videos. Weil über Videos kannst du deine Persönlichkeit nach außen tragen. Du hast die Möglichkeit, dich so zu präsentieren, wie du auch bist. Und du punktest mit deiner Persönlichkeit, weil die niemand kopieren kann. Wie lange wirst du dich noch verkriechen hinter OLG-Posts? Wie lange wirst du dich noch verkriechen hinter Reports? Wie lange wirst du noch warten, bis du dein allererstes YouTube-Video aufgenommen hast? Ich kann dir eine Sache sagen. Sobald du das erste Video aufgenommen hast, ist das Eis gebrochen. Du wirst dann anfangen, regelmäßig Videos zu produzieren. Und du wirst eine Veränderung spürbar feststellen. Weil der Markt wird dich wahrnehmen. Sie werden dich als Person wahrnehmen. Sie werden nämlich jetzt feststellen, dass das nicht nur irgendein Anbieter ist. Nein, da ist eine fucking Person dahinter. Die hat eine Persönlichkeit, die hat eine gewisse Ausstrahlung, die hat Charisma, die hat Energie. Und genau das kannst du in Form von Videos wunderbar transportieren. Und es muss nicht kompliziert sein. Du brauchst keine teure Technik. Es reicht doch vollkommen ein iPhone, ein Smartphone aus, ein halbwegs anständiges Mikrofon. Und du kannst bereits damit rausgehen und Videos produzieren, die dich einfach abheben vom Markt, die dich einzigartig machen. Weil am Ende des Tages bist du angetreten, um Marktführer zu werden. Wenn du hinter dem Angebot stehst und du weißt, du kannst Ergebnisse liefern, dann ist es deine Pflicht, alles dafür zu tun, dass du in die Marktführerposition kommst. Und deswegen solltest du mit Videos starten. Und ob das jetzt YouTube ist, TikTok, Instagram, Reels, ist völlig egal. Mach Videos, falls du Unterstützung möchtest, ja, bei YouTube, dass man mit dir gemeinsam einen profitablen Kanal aufbaut, dass man auch deine Persönlichkeit wirklich nach vorne bringt, dass man dein Charisma, deine Ausstrahlung ausarbeitet und das auch nach vorne bringt, dir ins beste Licht rückt und dich im besten Licht präsentiert. Dann können wir dich dabei unterstützen, ja, wir sind keine 0815-Coaching-Agentur, ja, YouTube-Coaching-Agentur. Wir machen aus dir eine Maschine und wir zeigen das Beste von dir auf der Plattform, damit deine potenziellen Kunden dich kaufen und du keine Einwände mehr hast und du nicht mehr verglichen wirst, sondern sie kommen zu dir, weil sie nämlich dich kaufen wollen, ja, weil sie wollen mit dir zusammenarbeiten und nicht mit den anderen Agenturen oder Coaches-Beratern. Trag dich ein zu kostenlosen Erstgespräch. Ich freue mich auf dich, Tom.